Zwei Heimspiele in vier Tagen gegen den HSV am Samstag und im Pokal geht's auch weiter. Und da kommt am Mittwochabend der VfL Bochum. Die Gesamtbilanz ist positiv. 66 Mal hat die Eintracht in der Geschichte gegen Bochum gewonnen. 27 Mal der VfL. 15 Unentschieden stehen zu Buche. Und in Frankfurt ist es auch eine klare Sache. 22 SGE-Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen. Zuletzt hat die Eintracht viermal in Folge gegen den VfL gewonnen. Am 30. März 2012 gewinnt die VfL mit 3 zu 0 und macht in der zweiten Liga einen Riesenschritt Richtung Aufstieg. Schade, der beliebte Ex-Eintrachtler Heiko Butcher fällt wahrscheinlich wegen Fersenproblemen aus. Kevin Trapp darf dagegen nach seiner Rotsperre im Pokal wieder ran. Mehr über unsere Eintracht gibt's ab Donnerstag auf www.eintracht.de. slash TV Bis zum nächsten Mal.